Unterwegs im Nordosten Pakistans. Das Ziel? Rabwa. Vor 100 Jahren war hier noch Wüste. Heute leben fast 50.000 Einwohner in dieser Stadt. Fast alle gehören der Religionsgemeinschaft der Ahmadiyya an. Die gründete sich Ende des 19. Jahrhunderts im damaligen Indien. Da sich die Bewegung als Teil der islamischen Welt ansieht, verlegte sie nach der Teilung des Landes ihren Sitz in den muslimischen, nun pakistanischen Teil, in die Provinz Punjab. In Rabwa ist das Verwaltungszentrum der weltweiten Ahmadiyya Muslim Jamaat. Es wurde 1948 von der Ahmadiyya-Gemeinschaft gegründet. Davor war dies ein unwirtlicher Ort. Keine Bäume, kein Wasser, keine Landwirtschaft. Wir haben dieses Land von der Regierung gekauft und einen Platz gefunden, wo wir ein Hauptquartier ansiedeln konnten. Heute ist Rabwa eine lebendige Kleinstadt. Nicht nur die Ahmadiyyas selbst, auch die Menschen in der Region profitieren von den guten medizinischen Einrichtungen, Schulen und Universitäten haben einen guten Ruf. Doch Rabwa ist eine Enklave, das Leben nur scheinbar sicher. Obwohl Ahmadiyya Muslime sind, werden sie in Pakistan verfolgt. Die Verfolgung ist übermäßig hoch. Ein Beispiel. Die Anzahl der ermordeten Ahmadiyya ist höher als in allen vorangegangenen 5-Jahres-Perioden. Die Regierung, der Präsident, der Premierminister oder andere Minister haben sich nie dafür eingesetzt, den Druck auf die Ahmadiyya aufzuheben. Für so eine kleine Gemeinschaft in Pakistan sind es unglaublich viele. Hier in Rabwa haben sie deshalb einen eigenen Sicherheitsdienst eingerichtet. So konnte sich auch ein Dienstleistungs- und Geschäftsleben entwickeln. Einige haben kleine Läden, betreiben einen Import-Export. Es gibt ganz unterschiedliche Unternehmen hier. Wir haben mehrere Schulen. Die meisten von ihnen arbeiten ehrenamtlich in der Gemeinschaft Ahmadiyya. Wie gefährlich das Leben ist, wird klar, wenn man die Gräber auf dem Friedhof genauer betrachtet. Er nennt sich himmlischer Friedhof. Zwei spirituelle Führer sowie der erste Außenminister Pakistans haben auf diesem Friedhof ihre letzte Ruhe gefunden. Das sind die Gräber der Ahmadiyya. Wir kommen hierher, um für ihre Seelen zu beten. Gleich hier ist das Grab von Dr. Abdussalam. Er war der erste Nobelpreisträger Pakistans. Doch diese Nation hat ihn unglaublich diskriminiert, weil er Ahmadiy war. Pakistan hat ihn nicht geehrt. Er wollte sein ganzes Leben lang nach Pakistan kommen. Doch wegen der Mullahs und der extremistischen Organisationen konnte oder wollte die Regierung nichts unternehmen. Er starb außerhalb Pakistans. Und weil er Ahmadiyya war, hat die Regierung angeordnet, die islamischen Zeugnisse und Gravierungen vom Grab dieses großen Mannes zu entfernen. 1979 wurde er der erste muslimische Nobelpreisträger. Wir wurden angewiesen, dass wir kein Recht haben, uns als Muslime zu bezeichnen. Dr. Salams letzter Wille war, in Pakistan beerdigt zu werden. Es wurden besondere Sicherheitsmaßnahmen getroffen, nur um seine sterblichen Überreste nach Pakistan bringen zu können. Mit solcher Diskriminierung sind Ahmadiyya in Pakistan ständig konfrontiert. Sie können ihren Glauben nicht offen zeigen, sie haben kein Recht Muslim zu sein. Geht man über die Grenze, ist man Muslim. Das ist ein Dilemma. Dieser Teil des Friedhofs hat eine besonders traurige Geschichte. Hier sind die Opfer bestattet, die in Attentaten getötet worden sind. Dies sind Gräber von Menschen, die Opfer von Terrorismus oder religiöser Diskriminierung geworden sind. Etwas, was wir Ahmadiyya in Pakistan täglich erleben. Einige sind Märtyrer eines Anschlags auf zwei Moscheen im Mai 2010. Terroristen griffen beide Moscheen in Lahore gleichzeitig an. Das jüngste Opfer wurde gerade mal 17 Jahre alt. Wir alle sind potenzielle Anschlagsopfer. Vor einigen Tagen wurde ein 62-jähriger Mann in der Nähe von Islamabad einfach erschossen. Er war mit seinem Sohn unterwegs. Die Killer kamen und fragten ihn etwas. Und als er sich zu ihnen umdrehte, haben sie einfach mehrere Schüsse abgefeuert. Besonders tragisch war ein Attentat im Mai 2014. Es traf einen pakistanischen Arzt, der in Übersee lebt und nur hierher kam, um zu helfen. Jedes Jahr kam er hierher, um den Bürgern Pakistans zu helfen, auf eigene Rechte. In diesem Jahr kamen zwei Männer auf Mopeds aus dieser Richtung und sie schossen mehrmals auf ihn. Er starb genau hier. Die Killer wurden immer noch nicht verhaftet und wir kennen ihre Motive nicht. Aber ein Motiv war sicher, dass er Ahmadi war. Viele prominente pakistanische Bürger wurden so vorsätzlich getötet. Jedes einzelne Opfer wird dokumentiert, jeder Anschlag, jedes Attentat. Es füllt viele Seiten. Es ist sehr traurig, aber wir können nichts tun. Wir sind eine friedliche Gemeinschaft. Wir nehmen nicht das Recht in unsere Hand wie andere Muslime. Wir wollen nur unserem Gott dienen. Und natürlich zeigen wir alles bei der Polizei an. Wir wollen die Gesetze beachten. Wir wollen nicht das Gesetz in unsere Hand nehmen. Das wollen wir nicht. So viel geschieht mit den Ahmadiyah. Unsere Moscheen wurden zerstört und das nur, weil wir Ahmadiyah sind. Friedhöfe wurden geschändet von Extremisten. Es ist, als hätten wir kein Recht in Pakistan zu leben. Es ist, als hätten wir kein Recht in Pakistan zu leben. Dramatische Musik Dramatische Musik Dramatische Musik Vielen Dank.